Wie viel Eisen hier ist? Ach nö, der Stein lässt sich doch nicht abbauen. Dann lass ihn liegen. Naja, das ist wieder dieser Silberfischstein. Da hab ich keinen Bock drauf. Oh weh, der Backpack ist bald voll. Ich komm langsam wieder runter, du bist doch da hinten. Ich bin den ganzen Tag nach oben gegangen, jetzt muss ich auch mal wieder runterkommen. Ich bin den ganzen Tag an die Dicke gegangen. So muss man das eigentlich sagen. Wer noch keinen Ständer hat, der geht hoch und holt sich. Genau, das darf man nur zu Leuten sagen, die einen Notenständer brauchen. Die dann hoch in den Musikraum gehen sollen und einen Notenständer runterfüllen. Was denn? Das klingt einfach so falsch. Da ist gar nichts falsch dran. Was ist denn jetzt falsch? Hä? An das was du gesagt hast, das war falsch. Da muss man dazu sagen, dass man das nur zu Leuten sagt, die sich einen Notenständer runterholen sollen. Von einem Musikraum, der im oberen Stock ist. Ja genau. Sonst nicht. Sonst brauchst du es nicht sagen. Wie viele Spawner sind hier? Ich hab keinen Bock mehr. Das siehst du mal. Schon wieder einen Spawner. Komm mal her jetzt. Ich glaube Marcel hat irgendwie so eine X-Ray-Mod drin, die jemand nicht sieht. Genau. Heißt nicht, ich mach mir gleich drei Steinspitzhacken. Ich zieh die Spawner förmlich an, ja. Nicht aus? Ne, an. Also ich mach die an. Das klingt auch falsch, ne. Du musst ausziehen. Ich mach die an. Achso. Ja genau, mach ich halt. Wenn ich in der Nähe bin, gehen sie ja an. Also mach ich's an. Ist das jetzt alles Spawner? Kommst du öfter her? Nein, du sollst den anfeuern. Ja, da gibt's auch so Sachen auf Facebook. Das hab ich mir mal gespeichert. Ja, das kann's auch nur du wieder sein, der sich sowas speichert. Ach du, das hab ich... Hab ich schon irgendeine Datei, hab ich das irgendwo, ich weiß nicht wo. Def, def, def. Dekumori, def. So. Mori. Komm, da geh ich die an. Ich mag des Diamantenerz. 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 Erz. Kannst du mal gucken. Tut das jetzt den Abwehren? Nein. Also ist... Also der Schaden von der Spinne geht weg, aber der Vergiftungsschaden, der bleibt. Der wird geblockt, aber Rest nicht. Ach so. Also ich will block die Spinne, aber du wirst trotzdem vergiftet. Ja, genau. Ja, weiß ich. Hab ich von auch festgestellt. Voll sinnlos. Ich hör Lava übrigens. Wenn ich jetzt gleich tot bin, du weißt Bescheid, Marcel, die Diamanten sind weg. Mach's denn im Backpack, dann hab ich schon gesagt. Nein, ne Witsch. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Eine Witsch. Eine Witsch. Eine Witsch. Eine Witsch. Eine Witsch. Eine Witsch. Wusstest du eigentlich, dass es in Harry Potter, im Abspann von mit dieser Karte da, das ist dieser Film mit dieser Karte. Der dritte. Im Abspann, da ist da so ein bisschen, sind da Fußspuren zu sehen, die sehr komisch sind, wo man Falsches denken kann und auch Falsches denken muss. Hä? 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 Weißt du das echt nicht? Kennst du das nicht? Nein. Ich weiß nur, dass da Fußspuren sind, ja. Hä? Ja, das sind da Fußspuren und dann stehen da halt so zwei Füße, die sind halt, also, man kann halt denken, dass die da grad hier so ein bisschen im Flagranti sind. Ach so. So wie die Fußspuren sich, äh, so wie die halt aussehen. Ach so. Ja, das wusste ich nicht mehr. Das hab ich letztens mal in irgendeinem so komischen Video gesehen. Ich hab vorhin auch dieses Thumbnail gesehen, wo der Mast rot eingekreist war mit dem Pfeil. Genau, das ist auch so. Da wird also vom Flugtag Karibik geredet, also nach dem Abspannen vom dritten Teil. Und dann tun sie auf dem Thumbnail den Mast von der Black Pearl einkreisen, weil das ja so wichtig ist, indem wir die im Fall drauf zeigen, dass das... Was war die Black Pearl? Ja, das war die. Die Se... Da hast du die Segel... Das war einfach so ein random Schiff. Nee, 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 das war die. Die Segel waren... waren die schwarze? Ja, die waren schon was. Die müssen sehr schwarze. Die müssen, die müssen die. Deswegen heißt sie ja auch Black Pearl. Die schwarze Perle heißt das. Das hat nichts mit schwarzen Segeln zu tun. Ja, aber die heißt ja schwarze Perle, weil sie schwarz ist. Weil sie schwarz ist. Weil sie schwarz ist. Ab. Ab. Die verfolgen einen schwarzen Amerikanen. Wie? Alles auseinander nehmen. Da kommen wir auch immer wieder drauf, ne? Das ist halt immer gut. So, wo sind wir jetzt? Da? Da? Ne? Dann mal auf. So. Gold baue ich aber nicht mit Bewusstamkeit ab, ne? Pfff. Musst du wissen. Marcel. Musst du wissen. Das ist mir egal. Ja, Gold baue ich nicht mit Bewusstamkeit. Gold. Mit Bewusstamkeit. Ich weiß noch, wo Gronkh live in Bewusstam angefangen hat. Hm. Und dann ist er hergegangen, hat Eisenerz aufgebaut und es wieder abgebaut. Weil er dachte es droppt. Nein. Oh doch, das hat er wirklich gemacht. Ach nee. Hier ist eine Spalte, soll ich da mal reingehen? Eine Spalte? Ich weiß nicht. Ich komm irgendwie nicht vom Fleck, weißt du das? Ne, du machst ja auch nichts. Was würd ich machen? Du kommst nicht vom Fleck, du machst nichts. Was für ich mach nix? Was? Der Hashtag fehlt schon wieder. Ne, das ist nicht mal ein Hashtag. Also das ist keiner. Boah, ja doch eigentlich Hashtag was für ich mach nix. Wie viel Diamanterz trägst du bei dir? Drei? Einer hab ich in den Endergest reingelegt. 36. Acht. Diamanterz. 8 Zmaragde. 10 Lapis. 36 Diamanterz. Ja, 36 Diamanterz. Wo hast du das? Das hab ich gefunden. Ja, ja. Was soll ich das her haben? Was hast du gefunden? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich hab ich auch. Siehst du das? Ja, ja, jetzt seh's, ja. Ja, also, da hab ich's nicht hier auf jeden Fall, das hättest du gesehen. Ich hab keine Fackeln mehr. Äh, neue machen. Äh, nochmal neue machen. Äh, nochmal neue machen. Kann auch irgendwie ganz schnell noch ein Stack machen, oder? Nur ein Stack, das geht auch irgendwie. Keine Ahnung, gehen mal, aber ich glaub jetzt nicht mehr. Ich hab mal so ein bisschen was weg tun. Ich hab bzw. den Bogen, weißt du ganz ehrlich, den Bunkern weg. Knochen, ja was weiß ich? Das kann bei Pilze. Hm. 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 weiß ich nicht wo der backpack ist naja und spitz ich würde ganz ehrlich gesagt lieber mehr redstone finden ja ich habe dann ich glaube ich war jetzt mal ein ofen auf und machen wir mal ein bisschen eisen weil ich habe keinen bock mehr mit den laschen stein spitz hatten durch die gegend zu gucken das ist auch genau der grund warum ich nicht wegkomme ich habe einen ofen ich glaube ich verschwinde nicht einmal gebraucht ist sind bei mir keine monster bei mir ist nix los ja bei mir ist nichts mehr los hier ist hier sind nur noch kohle und dahin war erlaubt ist auch da geht es ja noch weiter die spalte in der spalte in der spalte aber ernsthaft eine spalte in der spalte habe ich hier gerade wie so gekreuzt so fast also am ende von der spalte ist die nächste spalte am ende der spalte steht mein haus am see dann ist hier noch eine spalte und hier sah nur so aus guck mal mit der eisenspitzhacke geht es viel schneller von der hand hier ich bin schon wieder in der neuen höhle doch erst mal die erste man ja ich kann nur nichts mehr wenn ich noch einmal in eine neue höhe kommen auf einmal ja der kippe fällt einfach mal von oben alles gut wir kommen von oben was ist denn da runter da oben hallo und schon wieder eine spalte was ist los erstens ich habe sogar ein loch zum zu unserer oberwelt gefunden man muss ja hat mir viel zu viele fackeln gegeben ich habe alle fackeln schon wieder verbraucht wieder neue fackeln die du mir gegeben hast schon wieder neue gemacht so guck mal ich bin fertig jetzt habe ich eisen neun stück kann ich mir noch spritzacken machen erst mal den ofen einkassieren so meine freunde jetzt kommen wir uns mal hier so ein bisschen nach vorne ja also ja ich weiß ja nicht mehr ich bin jetzt auf höhe 27 und du und in einer spalte marcel hat so viele gesprächsthemen hat er mal gemeint aber er sagt irgendwie gar nichts davon an ich weiß gar nicht fällt mir gerade keins ein sprichst du ja ganz ehrlich da würde ich mir so den schrödingers chat wünschen ja leider haben wir keinen das ist halt so geil bei grung deswegen gucke ich eigentlich leitende wutz so gerne weil einfach der chat immer mal wieder so ein paar gespräche mit reinbringt die da eigentlich total geil sind ja wir können ja youtube über youtube deutschland machen oder so wie war jemand nein nicht warum konkrete auch nicht über youtube hat seine gründe und ich glaube wir sollten auch unsere gründe haben ach was ich glaube wir haben schon einmal jetzt über deutschland also über das geredet so nebenbei deutschland so nebenbei haben wir da ja mal schon mal ah meine rüstung ist bald kaputt ich glaube die sollte ich mal aus was denn hä was meinst du jetzt mit dem Thumbmail so nebenbei ach ja clickbait und so ja ja werdet ihr bei mir nicht finden ich habe sowas nicht nötig alles gut ich habe einfach mal hier irgendwie einen text rein hier äh draconic evolution reaktor zwei milliarden zwei millionen auf und dann kommen die klicks von alleine ja weil das ja auch stimmt oder ja das ist clickbait das stimmt gut der Titel hat ja gestimmt das Thumbmail hat halt nicht gestimmt gut das der Titel hat auch nicht so richtig gestimmt weil das war nicht glaube ich die epischsten ja das ist auf jeden Fall auch wieder so übertrieben oder ne das war bei einem ein Ding da haben sie also so Filmfehler ne Filmfehler ich meine das ist ja das ist ja fast in jedem Film Filmfehler drin haben sie geschrieben die fünf äh äh schlimmsten Filmfehler und das waren dann einfach nur so ganz normale Sachen die nie einem auffallen wenn die das nicht sagen würden das sind dann total epische Filmfehler total schlimm naja das ist jetzt auch wieder ne Sache der Interpretation naja aber die für den ist es jetzt halt krass aber so Sachen die 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 nie einem auffallen würden oder die die einfach so so sind dass die drüber weggesehen können ja am besten ist es Marcel wenn du einfach so so ein bisschen so so die Titten von Katja Kasavitsch drauf machst aufs Thumbnail das geht dann schon das geht dann schon naja dann geht die Klicks hier schon steil nach oben Marcel dann musst du merken das muss man nur einmal machen mach ich aber nicht mach ich aber nicht am Ende hatte ich so Copyright auf ihren Titten weißt du verstehst du da steht das Cut nein ich hab jetzt was sagen aber nicht ich hab jetzt was sagen aber nicht ich bin schon wieder im weißt du sie hat dann so dieses Copyright sag ich auf ihr Nippel drauf was hab ich gerade gemeint Gott oh Gott ja über was reden wir hier gerade Männer unter sich übrigens ne über was reden wir wir bräuchten eine Frau im Let's Play übrigens ne ist das zufällig schon wo hier hin ne gut so wo ist denn jetzt ist die Zimmer ne Küste ich hab ne Küste schnell das Thema wechselt äh schnell vom Thema ab wenn das 10 wird wieder aktualisiert werden äh wenn das 7 wird wieder auf Windows 10 aktualisiert werden sorg nicht so ach war ich hab's mal das Maul halten du bist irgendwie nicht mehr auf meiner nicht mehr in der Nähe von mir du bist jetzt irgendwie doch ich seh dich sogar noch ja ich seh ich bin so in meinem Bereich hier so auf der Karte da in meinem Bereich? ja ich bin immer auf dem gleichen Fleck und du gehst immer weiter weg ja ich äh mach ja auch was ich geh nach oben ich hab da hinten schon wieder Diamantärz gefunden aber ich wünschte ich hätte einen Wassereimer wir müssen uns mal so nennt so nen ultimate Rucksack machen auch nix so einmal reinpacken kann das haben wir schon mal hier verstehst du Marcel was? wo du mir einen Wassereimer reinpacken kannst ja den müssen können wir ja dann sag ich noch mal ich hab aber keinen ich hatte einen in der Kiste gehabt hier waren wir schon ich hab neun oh ich hab Diamanten gefunden gold yeah hier waren wir schon jedenfalls ist die Fackel da total komisch platziert schon wieder neun Diamanten warum finde ich Diamanten warum? ich will jetzt nicht mehr ne ich mach jetzt einen Diamanten mehr hier warum Redstone ja Redstone liegt da hinten das baue ich gleich ab und Gold ach guck mal da ist Gold guck mal da ist Kohle die Kohle nehm ich mit die Kohle ist wichtig Gold sieben Fitsch Gold Eisen hab ich schon über drei Stacks und boah Gott du hast vier Stacks Marcel komm mal her hier sind Zombies war ne und wieder einer ne hört sich nur so an keine Ahnung hier sind bisschen viel Zombies aber bis jetzt hab ich noch keinen gesehen Mann da gab es auch so ne Folge da war die ganze Zeit Zombies da ist ein Spawner da ist ein Spawner da ist ein Spawner oder war keiner genau das hab ich gesehen ja und seitdem sagt er immer wenn so zwei drei Zombies rumlaufen da ist ein Spawner oh shit 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 ich brauch meinen Roll wieder ein emeryld warte 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 ich kann mir einen wassereimer machen ich habe doch eisen dabei die emeryld habe ich schon viel emeryld na büß das lied ist so leis das höre ich gar nicht da gewesen sind jetzt endlich mal wieder welche ja ich überlegen kann das thema ich weiß nicht was ich was reden kann auch nicht meine ich habe jetzt schon was aber da kann ich nicht drüber reden die folge wo wir darüber reden musste musste clickbait titel machen ja ja weiß ich nicht was gibt man da ein pfeil mit kreisung das müssen wir eigentlich einmal machen da wo ich die vier spawner ich weiß ich habe ich einmal gemacht marcel einmal einmal habe ich wirklich so was gemacht und zwar war das dann lpt fiete bist leid war das damals noch auf der 147 da waren creeper um die ecke gestanden ich habe die ecke ab das ding genannt sie vier ecken kämpfe und habe so ein rotes kästchen um den creeper gemacht dass man ihn zieht und soll extrem dunkel war auf dem kompletten die drei mal ich würde das wort das war ja auch nicht das war jetzt auch nicht so schlimm ich finde das auch dass das klick weltweite ich mein welt ist ja wenn ihr wasser ist der külern der külter genau das sei aber trotzdem der poste rollen passt schon ja wo bin ich hier um ehrlich zu sein bin ich mittlerweile dagegen nun wenn ich irgendwie sowas liest gehe ich gar nicht erst recht nicht drauf weil ich mir denke ja das inno scheiße das ist es dann schon wieder so unglaublich das ist schon wieder zu unglaublich das ist es ich persönlich schon wieder das interesse daran verlieren mir das anzugucken sie kann ich auch wer ist denn das ich bin ich weiß ja ich brauche Fackeln, warte mal hab ich die Kohle weggetan so wieder ein Fackeln-Stack so machen wir mal weiter ich hab hier schon wieder die Kohle voll alter Schwede hier extra schwarzer Kaffee hier schwarzer Kaffee hier schwarzer Kaffee hier Junge kennt das jemand dort kennt das Hände hier schwarzer Kaffee und wie das die Musik zu läuft oder zu leiser kann man da auch Milch reinschütten I feel the Mambo Eier ne das ist auch gut hier waren wir auch war da jetzt eigentlich irgendwas? ne ne so waren wir da ich bin doch durch dieses Video hat Marcel mir ein Anime gezeigt der ziemlich extrem war sehr gut aber acht Folgen davon kann man weg ach acht Folgen ja gut nur sechs Folgen zwei davon kann man gucken aber sechs Folgen muss man sich angucken einmal dann guckst du dir einmal an dann willst du dir nie mehr wieder angucken damit man die Handlung versteht einmal du guckst dir die acht Folgen einmal an dann willst du dir nie mehr wieder gucken nie mehr ich muss ehrlich sagen das waren die anstrengendsten acht Folgen der Welt dann hast du jetzt noch nicht mal geguckt richtig Love Life ging dann eigentlich da war ich irgendwann zum Stadion wo ich einfach den Untertitel gelesen habe ohne es zu merken was ich bis jetzt nur bei Dragon Ball geschafft habe also man kann davon ausgehen dass mich der Anime so gefesselt hat dass ich es einfach nicht mehr mitbekommen habe ach guck mal hier ist ein Spawner ach schon wieder einer das war ein Prank nee es ist echt ein Spawner äh Zombie wieder ich mein das ist wirklich die Aufnahme des Spawners wie viele Spawner haben wir jetzt gefunden das ja ein paar ne ja der Mambo ja ich hab den Creeper dreimal gehittet und der ist nicht gestorben oh guck mal noch wieder Sattel da ist ein Eimer jetzt wo wir einen Eimer haben ey ist doch immer so man findet die Sachen erst wenn man sie nicht mehr braucht ich muss da mal ganz kurz was machen ganz kurz ich bin Level 27 ey so dann haben wir noch können wir gleich mal direkt wieder die Spitzhacke von reparieren Diamanten haben wir ja hier noch so ich bin hier wieder raus danke ähm da waren wir da waren wir noch nicht da ist aber nix ist da hinter der Wand noch was ne soll ich die Kiste mitnehmen wenn da was drin ist nicht dann nicht wir haben genug oder 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 oder